hallo und herzlich willkommen zu part 4 let's play herr der ringe online ja wir sind ja mittlerweile hier in lützelbinge im wunderschönen auenland angekommen und haben auch schon die ein oder andere quest angenommen die uns weiter nach michelbinge führt und jetzt sehen wir hier wir haben schon wieder post bekommen in unserer abwesenheit ein pferd vom kurs mal gucken hallo mein freund während mein stahlbursche kam hier auf dem hengst aggerhof seinen pflichten nach ging fand er das last hier auf dem ihr geritten seid auf dem ihr geritten seid ich wollte euch versichern dass es dem pferd gut geht außerdem wollte ich euch ein angebot unterbreiten nehmt euch die zeit und lest den beigefügten brief es ist eine wegbeschreibung von pre aus zum hof und ein angebot das ihr wie ich denke recht verlockend findet finden werdet vielen dank dafür dass ihr mit meinen warten was vielen dank dafür dass ihr mit meinen waren so gut umgegangen seid so weg beschreibung zum hengst aggerhof das nehmen wir doch mal raus und gucken mal reist von brees west tor aus entlang des grünwegs nach norden bis hier an dornlachshof zu eurer linken und einer alten verfallenen festung zu eurer rechten vorbeizieht neben der ruine führt ein kleiner pfad den hügel hinauf der von den hufen des hengst agger pferde und ponys geschlagen wurde folgt diesem pfad nach osten und norden und ihr werdet euren weg zum hengst aggerhof finden ja dann machen wir das doch fast direkt mal aber noch nicht gleich sondern erst sobald wir in michelbinge sind genau dafür sprechen wir jetzt hier mit dem briefträger briefträger neubock und für den sollen wir nämlich post austragen dürfte ich kurz mit euch sprechen das ist nämlich was ganz besonderes im auenland gibt es ja postaufgaben und kuchenaufgaben aber dazu kommen wir später jetzt kommen wir erstmal zu den postaufgaben oh hallo seid ihr auf der durchreise führt euer weg euch vielleicht nach michelbinge ich habe nämlich eine tasche die postmeister stolzfuß in michelbinge übergeben werden muss der post schnelldienst besitzt nicht mehr den ruf den er einmal hatte und mir liegt viel daran dass die verehrten hobbits im ganzen auenland wieder auf eine flinke zustellung ihrer post vertrauen können würdet ihr die posttasche dort drüben vom tisch nehmen und sie postmeister stolzfuß überbringen er ist auf dem platz vor der stadthöhle haltet einfach nach der mauer ausschau übergebt ihm die tasche so schnell wie möglich denn er wird sich über mich ärgern wenn sie nicht rechtzeitig bei ihm ankommt ach und lasst euch bei der zustellung der post nicht von wichtig touren stören ob regen ob sonne oder neugierige hobbits ein briefträger muss die post rechtzeitig ausliefern alles klar so und wir müssen nämlich hier jetzt auf die minimap achten da werdet ihr dann gleich auch schon ein paar augen unterwegs antreffen denen müssen wir nämlich ausweichen deswegen treffen wir im ganzen auenland auch auf neugierige hobbits beziehungsweise hungrige hobbits laufen uns auch über den weg das ist das gleiche prinzip nämlich bei den kuchen aufgaben da müssen wir den kuchen entweder zurückbringen oder austragen und treffen unterwegs auf hungrige hobbits denen wir natürlich ausweichen müssen so jetzt sind wir hier schon in den bingen feldern und ich finde einfach das auenland zieht also da würde ich auch sowas von gerne urlaub machen werde ich vielleicht auch des öfteren im sommer machen und vielleicht ergibt sich ja dadurch die ein oder andere let's play folge so hallo co ja willkommen in michelbinge jetzt sind wir auch schon da ihr seht wir haben hier ein kleines zeitspiel wir müssen das nämlich rechtzeitig natürlich abliefern und die briefe dürfen auch nicht nass werden das heißt wir dürfen durch kein wasser oder ähnliches laufen so hier sehen wir jetzt auch schon mal eins dieser augen neugieriger hobbit steht da wenn wir drauf zeigen und ja post überbracht abgeschlossen post für michelbinger genau der würde uns jetzt weiter schicken ähm nach wir gucken gerade mal äh nach wegscheid genau und äh da wollen wir jetzt aber gar nicht hin erstmal wir wollen jetzt erstmal hier zu unserem bürgermeister guten tag was ist das ach ey ein brief von einem sackernbeuteln ist nicht gerade etwas das man gerne sehen möchte er macht mich persönlich für seine schwierigkeiten im breland verantwortlich ich war noch nicht einmal dort ich bin noch nie außerhalb des onlands gewesen und nun soll ich eine gerechte entschädigung an seine familie zahlen er hat doch gar keinen schaden erlitten und ist aus freien stücken nach archit gereist ihr wisst nicht zufällig warum ich bürgermeister werden wollte oder ich selbst habe es nämlich scheinbar vergessen darf ich euch einen moment eurer zeit stehlen so level 7 wie ihr am geräusch erkannt habt äh ich habe über mundusforderungen nachgedacht ihm eine entschädigung für die schlechte behandlung in breland zu zahlen so dakar und ich lehne das ab wir können uns wir können es uns einfach nicht leisten einen einzelnen hobbit für etwas zu entschädigen das er von anfang an selbst provoziert hat die sackernbeutelins haben mich ohnehin nie gemocht wisst ihr ich glaube es war einer von ihnen der damit begonnen hat mich mehlkloß zu nennen nachdem das dach der stadthülle eingestürzt ist und mich im staub im staub begraben hat mir ist es egal ob die landbütteln mich zu nennen aber den sackernbeutelins steht das einfach nicht zu es ist an der zeit hier einen klaren standpunkt zu vertreten ich werde mich nicht länger von den sackernbeutelins hänseln lassen sie können mich nicht sie können mich nicht einfach nur herumschubsen wie es ihnen gefällt und ich habe auch keine angst davor ihnen das ins gesicht zu sagen nun im moment bin ich allerdings sehr beschäftigt bitte geht nach beutel bitte geht nach beutelsend im norden von hobbingen und richtet lobelia meinen entschluss in meinem namen aus würdet ihr das für mich tun naja warum nicht machen wir das doch einfach mal und gucken was uns da erwartet so jetzt haben wir hier noch genau wir sollen hier mit dem landbüttel man hat euch also zu mir geschickt stimmt das nun gut ich habe verschiedenes über euch gehört und will froh sein dass ihr uns aushält wohl an also seid gegrüßt ihr seid aufgenommen helft zu vielen hier im aunland wie ihr könnt und ihr werdet euren weg machen unseren sorgen mögen andere gering erscheinen die zustellung der post feine speisen feuerwerk aber ihr und ich wir wissen dass all das schützenswert ist unsere friedvolle lebensweise ist bedroht und gefahren können selbst hier im aunland lauern hilft unserem volk bei einen täglichen so bei seinen täglichen sorgen aber wenn ihr zu entfernten orten aufbrecht sowie nadelhol oberbühl oder dachs bauten geht nicht unbewaffnet das leben an den grenzen des aunlands birgt gefahren und je weiter ihr von michelbingen und hobbingen entfernt äh euch entfernt desto wahrscheinlicher ist es dass ihr in kämpfe verstrickt werdet so wir bekommen eine federkappe des grenzers so wie er die hier auch schon auf hat sowas kriegen wir jetzt auch das sieht man aber leider nicht weil wir ja hier unseren kapuzen mantel auf haben äh genau hier so hier sehen wir es wenn wir den jetzt abnehmen den mantel dann sehen wir den hut hier auch bei uns aber so sieht das doch aus meiner sicht schöner aus jetzt können wir auch wieder dadurch dass wir jetzt level 7 sind wieder ein päckchen öffnen und haben hier verschiedene goodies drin da die wir aber wahrscheinlich erst später wirklich brauchen ja gut was haben wir hier ach so irgendwie mal stufe 5 wieso ist der jetzt rot derzeit nicht möglich interessant na gut an sich würden wir auch würde ich normalerweise jetzt zum hengstackerhof reisen weil man da dann das reiten lernen kann aber das lasse ich heute mal weg und kaufe mir das reiten einfach im shop dafür gibt es den ja das ganze macht es natürlich deutlich einfacher hoch ich wollte doch was schreiben was soll das denn jetzt so reiten und genau hier sehen wir dann die verschiedenen pferde und die reitfähigkeit die kostet 95 shoppunkte die haben wir auch zufällig und dann machen wir hier einen schnellkauf natürlich brauchen wir den nur einmal bestellung aufgeben danke für ihren einkauf und schwupps schon haben wir das und ich meine wir haben das sogar schon ausgerüstet ja gucken wir doch mal nach wenn wir jetzt hier bei den reittieren gucken ja die ziege könnten wir schon mal reiten das sieht aber immer ein bisschen komisch aus deswegen gucke ich da war unser pferd sooo und schon können wir reiten und auf unserem eigenen pferdchen sitzen smaragd war ist ein schöner name warum nicht smaragd falls euch ein besserer name einfällt für das pferd postet den doch in den kommentaren äh das pferd brauchen wir jetzt erstmal hier im auenland nicht sollten die namen wieder anmachen ähm und sammeln jetzt erstmal hier noch weitere aufgaben ein assistent falper und meine güte bitte geht noch nicht bürgermeister weißfuß hat geld zur seite gelegt um die stadthöhle in micheblinge zu renovieren es scheint jedoch als hätten die zimmerleute das geld noch nicht erhalten sie weigern sich die arbeit wieder aufzunehmen solange sie nicht bezahlt werden einer der anderen assistenten griffo boffin sollte den zimmerleuten geld übergeben er hat sich jedoch noch nicht gemeldet und ich mache mir sorgen dass ihm etwas passiert ist er lebt oben im norden in nadelhol hinter dem binsenmoor bitte besucht griffe und stellt fest ob alles in ordnung ist kehrt dann mit dem fehlenden geld zurück äh hierher zurück griffo lebt in der nähe des stadtzentrums von nadelhol am besten ist es ihr wendet euch gehen osten nach wegscheid und folgt dann der straße richtung norden und westen durch das binsenmoor ich würde ja selber gehen aber ich muss dafür sorgen dass der ruf des bürgermeisters nicht geschädigt wird und nun bei bürgermeister weißfuß bin ich rund um die uhr im dienst ah ja sich wieder um arbeit sträuben und uns die aufgaben geben ja ja das wollen wir gerne gut aber er hat ja auch entsprechendes was er uns dann ausgibt so boh nee rollo neubock ihr da dürfte ich kurz mit euch sprechen versteckspiel ach siehst du sowas gibt es auch im auenland hallo würdet ihr mir bei einer runde versteckenspielen helfen die sache ist die meine freunde margarete und polo haben mich heute zum spielen überredet obwohl sie sich immer am selben ort verstecken das macht einfach keinen richtigen spaß mehr es wäre also ausgesprochen nett wenn ihr sie diesmal für mich finden würdet wenn ihr sie findet dann gebe ich euch eine münze oder zwei aber ich weiß einfach nicht mehr wie oft es mir noch gelingen wird ganz überrascht zu tun wenn margarete sich unter den büchen bei peoni grubers haus versteckt und polo hinter der geschnitzten statue von macho und blanco die statue steht auf einer großen baumwurzel etwas südlich von hier und ich bin mir sicher dass sicher dort werdet ihr polo dachs baut finden südlich der statue gibt es einen kleinen hügel mit mehreren hobbit hüllen hinter einem holzzaun margarete hält die büsche rechts von peoni grubers haus für ein gutes versteck findet meine freundin und das nächste mal schaffe ich es hoffentlich ihnen vorher zu sagen dass ich keine lust mehr auf verstecken spielen habe ja dann äh für das geld machen wir das doch ich zwar nicht viel aber ich mein gucken wir mal in unseren beutel gold haben wir noch keins also nehmen wir alles was wir kriegen können und schon sind wir da und haben ihn gefunden wie ist das werte befinden ach ach ganz gut danke der nachfrage haha role hat euch geschickt um mich zu finden stimmt's er braucht immer so lange bis er uns findet unter uns gesagt ich glaube dass er in diesem spiel nicht wirklich gut abschneidet ja ich werde hier bleiben und mir überlegen wo ich mich beim nächsten mal verstecke wahrscheinlich wieder an der gleichen stelle so und den angesprochenen hügel finden wir hier da gehen wir jetzt mal lang die sitzt nämlich hier über dem auktions über der auktionshalle peoni gruber und margarete dachsbaut wie ist das werte befinden dass die alle die gleiche frage stellen aber danke gut ja role hat euch geschickt um mich um nach mir zu suchen wo er gibt immer so schnell auf ich bin mir nicht sicher ob das das beim versteckenspielen erlaubt ist ich bin sogar ziemlich sicher dass das gegen die regeln ist wenn ihr die verstecke nicht selber wenn er die versteckten nicht selbst findet dann seid ihr kein guter sucher oder nun gut ich werde hier warten bis rollo die anderen findet das ist ein großartiges versteck hier oder ja aber beim 320 mal nicht mehr so mal gucken was hat denn peoni gruber darf ich euch einen moment eurer zeit stehlen ach ja das bisschen haben wir noch ich habe einen sehr beunruhigten brief erhalten meine gute freundin dora braunlock eine hühnerzüchterin bei wegscheid hat mir berichtet dass wölfe in das auenland eingefallen sind und sie von ihrem hof vertrieben haben sie bleibt vorerst in wegscheid aber je eher sie auf ihren hof zurück kann desto besser könnt ihr ihr helfen nehmt die straße nach nordosten nach nordosten die direkt in die ost ortsmitte von wegscheid führt richtet dora braunlock aus dass ich euch geschickt habe um ihr gegen die wölfe zu helfen wölf im auenland was ist bloß aus der welt geworden ja wenn das nur nicht wenn das nur das geringste problem wäre so robinia sauberstein hey ihr schenkt mir einen moment eurer zeit alles klar so das reicht dann aber auch schon und wir gehen nein quatsch so was möchtest du denn auf jemanden wie euch habe ich gewartet mein bruder oben in dachsbauten ist grenzer deshalb würde ich ihn normalerweise um hilfe bitten doch dachsbauten liegt so weit weg von hier und ich möchte dieses problem so schnell wie möglich gelöst haben östlich von hier hinter den bingenfeldern herrscht eine schreckliche spitzmausplage die tiere kram sich tief in den boden und zerstören wie bepflanzung wenn ihr einige ihrer höhlen findet und verschließen könntet sollten die kleinen biester nicht an den ort herankommen können es ist eure pflicht mir dabei zu helfen stimmt immerhin sind wir ja jetzt grenzer und das machen wir auch gleich weil diese aufgabe weiß ich die ist schnell erledigt und die lösen wir jetzt auch mal und dafür begeben wir uns hier hin hinter die hügel da sehen wir auch schon der pfeil richtet sich direkt darauf aus der kampf gegen die spitzmäuse spitzmaushöhlen genau hier wachsen überall pilze und keiler aus dem boden ähm äh ja und oh voilà bisschen gefallen beißende spitzmaus na so das dürfte schnell gehen ihr seht die haben nicht wirklich viel leben sag ich doch die kommen auch gleich an immerhin wollen wir ja hier an die höhle und noch eine mitbekommen so das war es auch schon erste spitzmaushöhle stadthöhle wollte ich gerade schon sagen erste spitzmaushöhle fertig kommen wir hier zur nächsten da ist gar keiner da oben ist aber eine verfehlt auf die entfernung man 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 das wundert mich immer wenn man das schafft so und Nummer 3 und da unten ist auch noch eine so Nummer 4 und wie gesagt die aufgabe war doch wirklich schnell erledigt so als nächstes denke ich gehen wir dann schnell mal bei wie hieß sie nochmal ja die bauten vorbei genau englisch wird man das wahrscheinlich jade aussprechen aber ich sag da ja dazu immerhin haben die hobbit zumindest die hobbit mädchen Namen von edelstein und also was deswegen denke ich dass es ja jade steine gibt deswegen muss es jade ausgesprochen werden gut rubinia gibt es ja auch deswegen kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben du hast mich doch losgeschickt also was soll das vielen dank für eure hilfe du dacca das müsste die spitzmause davon abhalten sich nah an der stadt zu graben zumindest für eine gewisse zeit wähle was nehmen wir denn denn umhangen haben wir was besseres ja schild haben wir eigentlich auch was besseres was machen wir in dem fall nehmen wir das geld so dankeschön beehren sie uns bald wieder dann gehen wir doch jetzt nahe zu jade bauten schnell hin weil in die ecke müssen wir nämlich nicht mehr so wirklich und hat mich ja eine angeschrieben ne habe ich mich nur verdrückt gut dann da steht sie auch schon ich werde allerdings kein handwerk machen falls das jetzt einige vielleicht erwarten ein wundervoller tag nicht wahr Handwerk hat mir noch nie so gelegen und deswegen werde ich das jetzt hier auch nicht so machen würden andere für mich arbeiten wenn ich irgendwelche Begleiter schicken könnte würde ich das wahrscheinlich sogar machen aber da man das hier nicht kann werde ich das Handwerk hier außen vor lassen Alfred hat euch zu mir geschickt schön schön wir brauchen mehr Leute die Interesse daran zeigen nützliche und schöne Dinge zu fertigen sprecht mit der Meisterin der Lehrlinge sie kann euch helfen herauszufinden welcher Beruf euch am besten liegt ein Beruf besteht aus drei Handwerksarten mit sich überschneidenden Fertigkeiten wählt euren Beruf mit Bedacht denn ihr werdet viel Zeit und Energie aufwenden um euer berufliches Können in diesem Bereich zu verbessern eben sobald euch die Meisterin der Lehrlinge in eurem gewählten Beruf willkommen geheißen hat solltet ihr auf jeden Fall mit der einen mit der einem was mit der einem Händler mit dem einen Händler sprechen von dem ihr das für euren Beruf benötigte Werkzeug kaufen könnt jedes einzelne Handwerk setzt eigenes Werkzeug voraus also seid nicht zu geizig die Novizen werden euch gerne die Rezepte verkaufen die ihr haben möchtet obwohl ich schon sehe dass ihr bereits das ein oder andere könnt rüstet euch mit den Werkzeugen aus die ihr verwenden möchtet und sucht euch eine entsprechende Einrichtung michelbinge verfügt über eine Schmiede eine Werkbank und einen Ofen die euch zur Verfügung stehen beginnt dann mit dem Üben eurer Fertigkeiten ihr verbessert euch im gewählten Beruf indem ihr euer Können anwendet und euch von anderen unterrichten lasst ich hoffe dass ihr ein begabter Handwerker werdet dodaka und dass ihr selbst und das Auenland davon profitiert ich werde euch für den Anfang ein paar Münzen geben verwendet sie weise und seht sie als eine Investition in eure Zukunft als begabten Handwerker an ahja Handwerk machen wir nun wirklich nicht wie gesagt das liegt mir nicht und das will ich jetzt auch nicht unbedingt anfangen das ist dann nämlich immer sehr viel Gefarme und ja so hier gehen wir mal vorbei nicht dass wir es noch vergessen mussten wir gar nicht okay das haben sie anscheinend geendet früher musste man mit jedem Stallmeister sprechen jetzt hat man anscheinend schon den ein oder anderen und dann gehen wir doch hier wieder zu Rolo Neubock wegen dem Versteckspiel wir gehen heute jetzt mal hier rum eben sind wir anders rum gegangen und ja dann zeige ich das doch gerade mal Guten Tag ich danke euch für eure Hilfe Dudaka verstecken zu spielen macht einfach keinen Spaß wenn sie sich immer am selben Ort verstecken ich glaube nicht dass das ein gutes Spiel für sie ist Moment ihr habt gesagt dass Margarete meinte sie würde sich verstecken bis ich alle anderen gefunden habe das ist ja seltsam ich dachte Polo ist der einzige andere Raube den ich suchen muss sie haben zwar davon geredet dass Odo vielleicht mitspielen wird aber ich glaube nicht dass er dass er tatsächlich hier sind die Münzen die ich euch versprochen habe aber es scheint als ob eure Aufgabe als Sucher noch nicht beendet ist Dudaka Bleibt doch und nehmt etwas tief die Sache ist ernst Dudaka ich dachte ich würde nur mit Polo und Margarete verstecken spielen aber die beiden haben anscheinend mit Odo Pfeife gesprochen und ihn überredet mitzuspielen das hätten sie mir aber wirklich auch sagen können Odo kennt die besten Verstecke im ganzen Auenland er ist mindestens so gut wie einst der alte Bilbo erzählt man sich im Adler und Kind ich weiß nicht ob das stimmt aber ich weiß dass Odo Pfeife im Gegensatz zu Margarete und Polo das allerbeste Versteck haben wird ihr bekommt noch mehr Münzen von mir wenn ihr ihn findet Dudaka er versteckt sich irgendwo in Michiblinge geht also nicht zu weit es könnte eine gute Idee sein noch einmal mit Polo und Margarete zu sprechen die beiden können euch vielleicht sagen wo er sich versteckt ja das Versteck kennen wir auch schon äh ich muss ehrlich gestehen beim ersten Mal habe ich mich wirklich tot gesucht im Michel Binge bis ich dann wirklich mal einen Tipp erhalten habe mal gucken sieht ihn denn vielleicht schon jemand mittlerweile sollte die ihn sehen da oben sitzt er und da gehen wir jetzt auch mal hin und sagen ihm wir haben dich gefunden so Tachchen ihr habt mich gefunden gut gemacht wirklich sehr gut das nächste Mal muss ich mir wohl ein besseres äh besseres Versteck suchen fürchte ich ich dachte hier würde mich niemand finden Katsurolo zurück und teilt ihm mit dass er es versteht gute Suche auszuwählen ja dann schwupp 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 da wir hier auf keinem Rollenspielserver sind dürfen wir das und dann geben wir die Aufgabe ab müssen dann aber leider auch gleich schon wieder Schluss machen wie ist das Wertebefinden ihr habt Odo Pfeife gefunden ausgezeichnet er saß die ganze Zeit auf dem Dach des Adler und Kind er muss was er saß die ganze Zeit auf dem Dach des Adler und Kind er muss Tuckblut in sich haben ich würde niemals dort hinaufsteigen darauf könnt ihr Gift nehmen hier habt ihr die Münzen die ich euch versprochen habe Dodaka und außerdem vielen Dank wenn ich wieder einmal gebeten werde verstecken zu spielen werde ich euch Bescheid geben dann könnt ihr es mir ausreden so Schuhe haben wir schon bessere Umhang haben wir auch einen besseren wählen wir also wieder das Geld und da gibt es hier mehr so damit hätten wir das Versteckspiel fertig und gibt es noch irgendeine kleine Aufgabe die wir fertig machen könnten weil dann würden wir jetzt auch direkt Stufe 8 erreichen ich glaube ich gehe einfach mal schnell den einen oder anderen Keiler hauen so dafür rufe ich mal mein Pferd damit ihr mal seht wie das ist zu reiten und ja dann kommen wir hier nämlich auch gleich bei dem einen oder anderen Keiler raus ähm na wo ist er denn? da steht er doch und da der Level 7 ist bringt er uns sogar einige Erfahrungen und wie viel fehlen uns? das gibt es auch nicht 3 ich werde bekloppt 3 Stück 3 EP man gut dann haue ich die Wutz hier noch und dann sollten wir Level 8 sein weil dann können wir nämlich auch in die Ausbildungshalle gehen und uns da ausrüsten so Level 8 dann reiten wir jetzt mal schnell in die Ausbildungshalle hier und können dann da neue Fähigkeiten lernen wie ihr seht ist das wirklich entspannender und einfacher wenn man reiten kann als wenn ich jetzt das ganze ablaufen müsste und dann zeige ich euch doch mal die Ausbildungshalle wer sie noch nicht kennt die ist hier der steht sie auch schon schwupp schwupp und schon sind wir da hier steht Schurkenmeister Jägermeister Jägermeister Ausbilder natürlich Ausbilder für Waffenmeister Ausbilder für Hauptleute Ausbilder für Wächter Ausbilder für Baden Ausbilder für Kundige und der Ausbilder für Wunen bewahre und der für den Hüter steht hier so erstmal den Laden durchstöbern und ihm einiges Zeug verkaufen was wir nicht mehr brauchen den brauchen wir nicht den brauchen wir auch nicht den brauchen wir auch nicht die Farbe behalten wir mal Kupferring brauchen wir auch nicht mehr Schuhe brauchen wir nicht das brauchen wir nicht alles eigentlich nicht mehr genau und dann verkaufen wir das mal und schwupp reparieren nochmal auch wenn der ein oder andere jetzt sagt ja hier reparieren macht doch gar keinen Sinn aber ich mach das immer Ach Quatsch wir wollten doch Hallo Aktiv lernen wir jetzt erstmal nichts Passiv auch nicht aber ein Gambit lernen wir nämlich mit Stufe 8 deswegen wollte ich da noch drauf und das ist die Kombination Grün-Gelb beeindruckender Hieb Hüter sind im Umgang mit ihren gewählten Waffenexperten manchmal müssen ihre Feinde daran erinnert werden genau das heißt wenn ich jetzt hier grün und dann gelb drücke bekommen wir den gerade gelernten Gambit ja und damit machen wir dann auch erstmal für heute Schluss und sehen uns im nächsten Part wieder bis dann